Dein Zug fährt in 10 Minuten. Hier ist deine Fahrkarte. Achte gut darauf, das ist wichtig, dass du gut auf sie achtest. Wie bitte? Gleis 9,3 Viertel? Aber Hagrid, hier muss was falsch sein. Hier steht, ich muss zum Gleis 9,3 Viertel. Das gibt es doch gar nicht, oder? Vom Bahnsteig zurücktreten! Entschuldigen Sie bitte! Entschuldigen Sie! Dadurch, auf der linken Seite. Entschuldigen Sie bitte! Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich muss zum Gleis 9,3 Viertel. 9,3 Viertel, sagst du? Hab schon bessere Witze gehört. Wie das? Ja, dasselbe! Alles voller Muggel, was sonst? Kommt! Zum Gleis 9,3 Viertel geht's hier lang. Na los, Percy. Du zuerst. Fred, du als Nächster. Er ist nicht Fred, sondern ich, Ma. Also jetzt mal im Ernst. Du sagst, du wärst unsere Mutter? Oh, entschuldige, George. War nur ein Scherz. Ich bin Fred. Entschuldigen Sie bitte! Können Sie mir sagen, wie ich... Ach so, wie du zum Gleis kommst. Engelchen, nur keine Sorge. Ron fährt auch zum ersten Mal nach Hogwarts. Du musst nur Folgendes tun. Du läufst geradewegs auf die Wand zu. Zwischen Gleis 9 und 10. Renn lieber ein bisschen, wenn du nervös bist. Alles Gute. Du bist nuestro! Du bist die Wand für sie dabei! Untertitelung des ZDF, 2020